Ja, meine Leute, herzlich willkommen zu einem neuen 3-Halz-Plane von Armc2. Heute mal aus Arlheim V4. Mit dabei ist Torben, wie immer. Die Map ist eben frisch gedownloadet worden und installiert worden. Fahren wir den C2 Hybrid-Gelenkbus. Linie 151 nach Waldhainer. Wie heißt das? Wald. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, gucken, ob das auch hier alles klappt. Nicht, dass gleich der Bus anfängt zu springen. Ich sage, Abfahrt. Sound-Mod ist auch am Start. Genau. Genau. Sieht schön aus, auf jeden Fall schon mal bis jetzt die Karte. Ja, spannende Weckdauer. Es ist wenigstens was Schickes draus gemacht worden, ja. Genau. Schön, herrlich. Zene Fikuläck. Nee, ist freut. Die war sechs. Achso, ja, fahren wir nicht. Ja, du fährst ja auch, ne? Ich auch. Müssen wir nochmal die Hofdatei schnell reinklatschen. Jo. Heute machen wir mal ein langes Video. Machen wir mal die komplette Linie. Da haben wir ein bisschen Zeit. Die komplette Linie, ja. Und ich muss mich auch mal recht herzlich bei euch bedanken für das tolle Feedback. Was ist denn das für ein Feldweg jetzt hier? Nicht verarschen. Boah. Sie war jetzt egal. Schönen Abend. Boah. Sag ich dir das lieber anheben. Links, rechts Rechts, links, rechts. Ey, das ist ein Romeo Hopple hier. Wo geht das überhaupt lang? Äh... Oh... Hier, was ist denn das? Das ist halt witzig. Oh, ich hab das witzigerweise auch noch nicht im Let's Bay bei jemandem gesehen, die Linie. Boah... Jo... Was ist denn da, dieses Teil? Ich weiß es nicht, ich hab's nicht gelesen. Ich hab alle Objekte auf jeden Fall an. Läuft. Läuft tatsächlich, also... Jo... Stabil, also es läuft stabil. Links, rechts, links, rechts... Läuft. Mal gucken, wie lang ist es gut. Albert Schweizer Straße, gell? Okay. Nicht, dass wir gleich noch Philipp MP sehen. Oh, yeah. Weil der fährt ja, glaub ich, auch noch. Ich kann ja mal gucken. Ja... Ah, jetzt grad nen Hintergrund ein bisschen nach. Wir warten kurz ab. Würde ich sagen. Nun los! Komm! Also das ist ein Spultaum bisschen... Hört, ihr fliegt den Tränen sogar da. Wieso? Echt? Ja. Hagen Siegen. Äh, haben die ja vorhin drüber, glaub ich, geredet. Oh, weiter jetzt. Ah, kurze Zeit hier. Ja, das ist ein Fahrplan... Buch, oder wie es heißt, da in den Monitor reingemodelt. Oh, ne, oder? Doch. Kränke, ey. Ah, wie Arschwicken. Alter, was was anderes. So, äh, da geht das... Hat... Hat, ja. Ah, sind Sie ihr Geld in Kirchen gefordert? Ja, 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 ja. Ne, äh, die Standard-Metropolo-Ruhr war... Oder so. Oder ist es etwa in Gelsenkirchen? Ne, wie ist denn das da? Ach... Ich weiß es nicht. Ne, es war in Metropolo-Ruhr, glaub ich. Es hat grad ja so ein bisschen Städtetreieck-Feeling von der alten Version. Ja, ja. Ja, ja. Oh! Zitao! Zitao! Ich sehe jeden Chat gar nicht von ihm. Echt nicht? Ja, ja. Wobei... Wobei... Wobei Hagen Sieg auch eine coole Strecke ist, ja. Ja, bis auf dass er da übelst, den Bogen fahren muss, was ein bisschen nervt. Aber sonst... Top, ja. 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 Ich fand ja damals in TSW, das ist genau geil, da früh... Da wo du frühst du in der Zug da gehst, das war so richtig geile Stimmung. Da regnet es noch so, dunkel. Das fände ich ganz cool. Genau. Aber möchte ja keiner Tickets kaufen, oder was? Doch. Das kriegst du in 2,80, wa? Ja, jo. 20 zurück. So, danke. Hä, jetzt so verrückt, geh. Hast du hier getrunken? Kann ja gar nicht sein. Ich habe 20 zurückgegeben. 2,80 hat es gekostet. 3 Euro hat es dir gegeben. 20 Cent. Ja, habe ich es zurückgegeben. 20 Cent. Ja, habe ich es zurückgegeben. Haltestelle Ampel. Boah. Ich hunke es auch so. Bestimmt. So, jetzt stopp dich. Alter, fass du selber, ne? Gleich. Hängt? Wurde sie mal auf der Map spawnen. Naja. Ja, ist gut. Das war ein Soundbot. Das war um sie. Naja. Das war ein Soundbot, das war um sie. War bestimmt um sie. Ja. Hast du nicht gehört, oder was? Naja. Anstatt sie gleich da rüber gehen. Die Pfeifen. Ja. Hier. Hier. Die Lampe gibt's gar nicht. Ey, was ist denn das? Unbedürfiges Warten! Mütliche Schleichfahrt durch alle! Die Höllenfahrt ist auch gut angekommen, ne? Über 700 Aufrufe. Ja? Ja, ja. Nicht schlecht. Bisschen später. Ja. Sehr gut. Corona-Impfviertel ab 8.2.21. Hm, das war auch eine wilde Zeit, ey. Corona wollen wir gar nicht drüber sprechen. Ne. Ne. Witz. So, wo hast du dich hingespawnt? Äh, wo war ich denn? Äh, wie hieß denn? Sag ich dir gleich sofort, okay? Ja. Ah, ich muss da aber umlenken, alles klar. Ich bin losgefahren. Siedlung Hohn. Ah, merci. Siedlung Hohn. Na gut. Ah, du hast den Ton drin, ja? Ja, ja. Bisschen wieder was Besonderes. Ich hab'n Besonderes, was hier noch. So richtig bei den Bohr. Ja. Ganz schön legge hier gerade, ey. Ah, naja. Wir fahren das ganze fürs Video und dann passt das. Ich bin auf jeden Fall besser als bei Florian Kahle hier. Boah. Bootstein. Einmal aber übelst. Er bremst ja wie schlecht. Was ist denn hier heute los? Kommt mir jetzt nur so vor. Tja. Ich weiß nicht. Oh. Mhm. Frankenstraße. Ach, die ist hier. Boah, das ist doll ein Leggy, Alter. Was sind die? Ja. Guck mal, ich bremse voll. Der bremst total kacke. Komm, wir fahren auch weiter. Moin. Ich dachte, das soll ich noch kommen. Was ist denn hier? Du machst das gar nicht ganz unten. Was soll denn das werden? Das war rot. Nein, war grün. Das war für den Fußgänger grün. Kannst du irgendwie die angucken? Ja. Ja. Ich war meinungsvoll grün. Ja. Richtig selten, bohrer Ding. Und der Hauptbahnhof ist klar, das ist ein bisschen leckt. Mhm. Ist ja irgendwie immer so. Riederkörper. Ja, ist so. Oh, was ist denn das für ein riesen Bahnhof, Alter? Ja. Welche Linie fährst du? 51. 51. 51. Jo. Siedlung Hohen. Siedlung Hohen. Können wir reinfahren? Ja. Ich glaube. Stärk 2 müssen wir. Oh, D2. Jahrhans. Die Schrauze. Ich möchte seitens einen Blick auf, unter Rasmuschen. Z importantly, die Schrauzef Zimuschen. Das ist das und ja. Ja. Ich möchte mich auch gerne sehen. Die Schrauze. Die Schrauzef. Rauschen. Die Schrauzef. Tcha. Die Schrauzef. Die Schrauzef. Ich könnte mal was probieren, ich mal einfach mal Objekte weniger Es könnte ja eventuell funktionieren Könnte sein Oh, 280 Regeltarif Regeltarif Alheimjumper Naja, ist der Jumper, Alheimjumper, ja Oh, lade doch mal, Alter Meine Fresse, ey Ja, ist rum wie lecker, jedes Mal Aua, fammelder, derzeit hier Ah, meine eigene Busspur Bernauer Platz So Oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Handzugstraße Untertitelung des ZDF, 2020 Wuppertaler Straße Untertitelung des ZDF, 2020 All high Oh, schon besser hab ich das Gefühl Na dann? Also da ist eine Einstellungssache, du von der Mipst immer, das nervt halt ein bisschen Oh, naja Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh 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 War das Dieses Eichen höher? Oh Oh 51 musst du suchen Äh doch, irgendwo da glaub ich Okay Okay Oh 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 Ah Oh 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 Also Zeitvorspulen hier Fünf nach Ja, das ist dieses Ampel-Göndel hier, das nervt der Übenwitz, ne? Oh, naja, müssen wir durch Was willst du denn machen, ja? Ja Ist halt so Ja Das hab ich nicht drinnen, IVU Welchen fährst du? Oh, irgendwo in Sitao hier Patsig, ja? Mit Yves-Ringshausensitz Yeah Naja Laten ZFE-Comart Ah, ja Ja, pass auf, nicht dass sie wieder Kommentare schreiben, weil sie hier wieder was falsch verstehen Wer versteht was falsch? Weiß nicht, manche Zuschauer keinen Spaß verstehen hier Achso Ja? Na ja, hat doch der eine geschrieben, oder zwei haben es geschrieben Achso Naja Müssen sie doch nicht gucken, oder? Ja Können doch abschalten Richtig Ich Aber sieh, die Bremsen sind so schlecht, ich stehe hier viel rauf Bremsen stehe ich da, ich weiß nicht was das, keine Ahnung Ja Ja Wie lang geht in die Linie überhaupt? Wiss ich auch nicht Warte mal Ach, da ist der Fahrplan Hm? Die geht fast eine Stunde, Alter Was ist los? Ja Quatsch So, 40 Minuten Ja, es geht doch Mhm Mhm Ja, ja Universitätshalle CCA Ja, faul mit einer Bumsbude, Junge Ist doch so Kirchenfelder Straße Fahrrad stecken Kommen wir mal schnell, ich hab Grün Ahhhh 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 Universitätshalle Wollen wir halten, vorne Jetzt nicht weiter Jetzt geh ein Land, als würd wir hier ausland fahren Wieso? Wieso? Man muss ja jetzt eingehen Na ja Wer der Vorkart sei. Ach ja, so ist dat. Na ja. Und abfort. Und frei. Und frei. Oh, jetzt wird die Performance auch wieder besser hier. Ja. 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 Aber es war ja auch alles so Innenstadt-Kram, ne? Ja. Junge, was hat denn der mit seinen Bremsen? Ich steh grad voll drauf, ey. Okay. Was denn? Es gibt ja auch Ahlheim-Lauensbach, ne? Ja. Das ist ja das andere. Ja, aber was ist denn besser, das hier oder das andere? Überland. Aha. Ich weiß es nicht. Okay. Ja, müssen wir mal gucken. Es ist halt vier Städten, ne? Ich glaub, Laurensbach hatte ich gehabt. Wollte das hier? Ahlheim-Lauensbach, ja. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Mal kurz das gucken, ja. Warum meine Bremse so komisch ist. Verscheidungsstärke, wo ist Bremsstärke? Bremsstärke anzeigen. Ha! Wieso kann ich jetzt nicht mit auf den Türen fahren? Oh, nicht schlecht. Türen mit der Fahrt auf morgen. Naja, was soll denn das werden? Keine Ahnung was er hat. Also ich trete eigentlich die Bremse hier voll durch, aber der Busbremse ist nicht richtig. Hm. Keine Ahnung was er hat. Keine Ahnung. Auf den Pappelkoten. Sie tauschen auf ihn. Ui. Und wir müssen auf jeden Fall dieses Jahr auch wieder Aachen und Bremen in Angriff nehmen, was Videos betrifft. Obwohl ich glaub Bremen war ich soweit durch für Videos machen. Ja. Oh, es gibt doch nicht vier Linien, ne? Ne, das nicht. Und auch noch nicht. Ne, da hast du die 77 und die 76, glaub ich. So war's doch, oder? Jo. 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 Aber wir sind immer. Roboth Straße. Roboth Straße. Minute 30 Verspätung Läuft Oh, ist noch ein langes Video, ey Ja, wa? Ich denke, war sauber in Ordnung Ja, ja, Straße Klar, warum nicht? Alle sind heute eigentlich laufen Also, let's play Brems doch, Mann, was ist denn das hier? Ich stehe voll drauf Hm Ich weiß nicht, was er hat Keine Ahnung Ich hab was ausgemacht Nee Eigentlich nicht, ne? Nö Keine Ahnung Was hier los ist Hat er gestern nicht gehabt Ich kann's mir nicht erklären Naja, müssen wir das mal mit leben Ja, springt noch mehr rum hier, Alter Nee Campus Hoverstraße Ah, ein bisschen müssen wir noch Ein bisschen noch Ich weiß auch, wo mein Retard aber ausgesteht Mit der Automatische Deswegen? Ja Natürlich Nach Waltheine fahr ich Waltheine? Nee Ist doch nicht besser Verarschen hier aber was Wollen die mit? Nö Irgendwas Also, wir schalten Da hat er halt auch nicht Gute Ahnung Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Im Holzplatz Kuhlmannsfeld Schwerzenbergstraße Ah doch, jetzt bremst du wieder in Ordnung Hm Live wieder, ja Ich hab eben mal auf Reparieren geklickt Toh Kann ich sehen, dass auf einmal der Bus Bremst wie Kacke, ja? Eben Ja doch, jetzt bremst du wieder, gut, ja Ja Ja, jetzt bremst du richtig wieder Wollen die hier mit? Nee Wollen nicht mit Abfahrt Ich bin der Busfahrer Hm Halt, ach das ist ganz schön Obwohl, geht Heller Feld Heller Feld Am Fahr Allem Allem Ich weiß nicht, mit der 151 Hier kommst du überall lang Innenstadt Ich bin der Dörfer hier Heller Feld Ja Ja Oh Benga, ich hab meinen Endpunkt in Zwei Haltestellen Endstütze Eow Gut benutzen Straße Und nach der Linie Turm und nach dem Video mache ich gleich noch ein Video Weil dann ist das alles für die Woche fertig Da brauche ich dann Ja Dann soll das so passen auch Arlheim Und da passt das So Waldoriastraße Bin ich jetzt an der Endhaltestelle Waldoriastraße Endhaltestelle Bitte aussteigen So So Alles klar Haben wir die Linie geschafft Würde ich dir sagen Wenn euch das Netzwerk gefallen hat Lass dir ein Abo da Da oben Bis zum nächsten Mal Macht's gut Und tschüss Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Tschüss